Die Zukunft innovativ gestalten, anstatt nur passiv darauf zu warten. Dieser Anspruch begleitete uns in der Vergangenheit und er tut es noch heute. Und jetzt werden wir unsere Mission als digitaler Vorreiter fortführen. Und neue Maßstäbe im effizienten und nachhaltigen Planen, Realisieren und Betreiben von Gebäuden setzen. Denn unser dynamisches und vielfältiges Immobilienportfolio bildet das Herz und Fundament der REWE Group. Mit BIM als Basis für ein digitales Gebäudeinformationsmodell sichern wir uns den Zugang zu einer völlig neuen Art von Kollaboration. Mit einem bisher unerreichten Level an Transparenz und Prozesseffizienz. Dabei bilden wir alle künftigen Bauprojekte, aber auch bereits bestehende Gebäude vollständig mit virtuellen Modellen und Daten ab. Außerdem ermöglichen wir allen Beteiligten einen direkten Zugriff. Jederzeit und von überall. Egal ob Bauteilinformationen, Projektkosten, Betriebsdaten oder konkrete Nutzung. BIM liefert uns alle relevanten Daten, auf deren Basis zukünftige Entscheidungen schneller und besser getroffen werden können. Durch den Einsatz modernster Sensorik, gekoppelt mit den Modelldaten, können wir Entwicklungen frühzeitig erkennen und rechtzeitig reagieren. So schaffen wir Lösungen, bevor Probleme überhaupt entstehen und lassen Verzögerungen hinter uns. Der gesamte Prozess wird durch die Digitalisierung transparenter und erheblich vereinfacht. Und das gilt für die gesamte Wertschöpfungskette. Von der Planung und dem Bau bis hin zum Betrieb, der Wartung und späteren Umbaumaßnahmen. Beginnend mit dem Markt bis hin zu Logistik und Produktionsstandorten werden wir alle Gebäude der REWE Group digital abbilden, um das Potenzial von BIM für uns alle verfügbar zu machen. Egal ob Bauprozessbeteiligte, Betreiber, Techniker oder Kaufleute. Die Digitalisierung des Bauwesens mit BIM ist der Game Changer für unsere Immobilienprojekte. Und ermöglicht ein ganz neues Level an Effizienz und Ressourcenschonung. So sind wir auch für kommende Herausforderungen wie ESG und die EU-Taxonomie-Verordnung bestmöglich gewappnet und setzen weiterhin die Trends in der Transformation des Bauens. Wir sind die digitalen Vorreiter. Wir sind die REWE Group.